Hallo, Martin Meter hier. Heute geht es um das Buch über die Natur der Dinge von Mario Bunge und Martin Mahner. Dort geht es um die Philosophie des Materialismus. Es ist wahrscheinlich das trockenste Buch, das ich je gelesen habe. Trotzdem hat es mir viel gebracht, mich dadurch zu arbeiten. Das Buch beginnt mit einer Begriffserklärung. Das Wort Materialismus kann nämlich ganz verschiedene Bedeutungen haben. In der Umgangssprache bedeutet es die einseitige Ausrichtung auf Geld, wie damals Madonna mit ihrem Song Material Girl. Ich nenne das den Vulgärmaterialismus. Um den geht es in dem Buch absolut nicht. Übrigens gibt es auch einen Vulgäridealismus, der quasi das Gegenteil des Vulgärmaterialismus ist. Ein Idealist im vulgären Sinne ist jemand, der die eigenen Wertvorstellungen als wichtiger ansieht als den eigenen Reichtum. Hier geht es aber weder um den vulgären Idealismus, noch um den vulgären Materialismus. Es gibt noch eine ganz andere Bedeutungsebene und um die geht es hier. Es geht um den philosophischen Materialismus. Aber auch da gibt es noch Unterschiede. Insbesondere gibt es etwas, was ich den Strohmannmaterialismus nenne und der zu behaupten scheint, es gebe nur materielle Vorgänge, keine geistigen. Und es gebe keine Gefühle, nur Hirnchemie. Aber das ist ein Strohmannargument, das eigentlich nur die Idealisten vorschieben, um Materialisten als herzlose Monster darzustellen. Mir ist kein materialistischer Philosoph bekannt, der leugnet, dass es so etwas wie Gefühle oder Schmerzen gibt. Das wäre auch ziemlich dämlich, denn man braucht sich nur mit dem Hammer auf den Daumen zu hauen, um sich selbst das Gegenteil zu beweisen. Um einen solchen gefühllosen Strohmannmaterialismus geht es hier also auch nicht. Was die Autoren Bum und Mahner in ihrem Buch beschreiben, würde ich als Materialismus 2.0 bezeichnen. Vor allem auch deshalb, weil sie einen stark erweiterten Materiebegriff verwenden. Während in der Physik des 18. Jahrhunderts nur das als Materie galt, was auch Masse hat, ist diese Auffassung von Materie heute zu primitiv, um noch brauchbar zu sein. Der moderne Materiebegriff umfasst drei Eigenschaften. Masse, Energie und Information. Die Autoren betonen, dass es dabei nicht um Substanzen handelt, sondern um Eigenschaften. Energie, Masse und Information sind immer nur Eigenschaften von konkreten Dingen. Es gibt zum Beispiel keine abstrakte Energie an sich. Es gibt immer nur konkrete Formen von Energie, die sich als messbare Eigenschaften von konkreten Dingen zeigen. Der Energieerhaltungssatz beschreibt nur die energetischen Veränderungen von physikalischen Dingen, die sich gegenseitig beeinflussen, wobei eine konkrete Energieform in andere konkrete Energieformen umgewandelt wird. Und diese Energien bzw. Energieformen sind immer nur Eigenschaften von konkreten physikalischen Dingen. So etwas wie unphysikalische oder immaterielle Energie kann es also nicht geben. Anders gesagt, Energie schwebt nicht Mutterseelen allein im luftleeren Raum herum. Sie tritt immer nur als Messwert eines konkreten physikalischen Dings auf. Im Fall des Nichts zum Beispiel sind es die Photonen, die eine messbare Energie aufweisen. Genauso wie es keine Energie an sich gibt, existiert auch keine Information an sich. Das heißt, es gibt keine Information ohne ein zugehöriges, informiertes Ding, einen Informationsträger oder Datenträger. Information ist immer nur die Struktur von Dingen und kein Ding an sich. Information ist immer nur ein Muster von Dingen und ohne entsprechende Dinge gibt es logischerweise auch kein Muster. Aus dem gleichen Grund gibt es auch keine Informationsübertragung ohne Energieübertragung. Denn um das Muster eines Dings zu ändern, muss das Ding selbst geändert werden. Und dazu braucht man Energie. Information ist übrigens auch so ein Wort, das die Esoteriker gerne missbrauchen, weil es schön abstrakt ist und daher so oft missverstanden wird. Genau wie der Begriff Energie. Im weiteren Verlauf des Buchs klären die Autoren ein weit verbreitetes Missverständnis über die Quantenphysik auf. Viele Leute glauben nämlich, dass ein quantenphysikalisches Objekt von einem Beobachter abhängen würde und dass quasi der Beobachter und sein Bewusstsein einen entscheidenden Einfluss auf das Messergebnis hätte. Diese Vorstellung ist aber grober Unfug. Die Autoren widerlegen diesen Unfug unter anderem durch folgenden Hinweis. In den ganzen quantenphysikalischen Formeln von der Schrödinger Gleichung bis zum Hamilton-Operator kommt nirgends ein Beobachter vor. Es sind aber genau diese Formeln, die die Messergebnisse beschreiben und vorhersagen, und zwar mit einer extrem hohen Genauigkeit. Anders gesagt, in den physikalischen Formeln kommt deshalb kein Beobachter und kein menschlicher Geist vor, weil die Ergebnisse unabhängig vom Beobachter eintreten. Die Quanten verhalten sich genau gleich, egal ob der Messapparat von einem Menschen beobachtet wird oder ob die Messergebnisse nur von einer geistlosen Kamera aufgezeichnet werden. Schon die Formeln der Quantenphysik zeigen also, dass der Beobachter überhaupt keine Rolle spielt. Der bewusste menschliche Beobachter, der das Verhalten der Quanten angeblich beeinflussen soll, indem er sie beobachtet, ist nur ein Mythos. Gespeist wird dieser Mythos leider auch durch eine unglückliche Namensgebung in der Physik, wo eine Messung durch einen geistlosen Messapparat dummerweise als Beobachtung bezeichnet wird und damit von physikalischen Laien leicht mit einer bewussten Beobachtung durch einen Menschen verwechselt werden kann. Aber wie gesagt, wenn der menschliche Beobachter wirklich so entscheidend für das Verhalten der Quanten wäre, warum kommt er dann keine einzige Quantenphysikalische Formel vor? In den späteren Kapiteln des Buchs geht es um Moral und Ethik, um Wissenschaft und Religion. Ich kann in einem kurzen Video wie diesem natürlich nicht alles wiedergeben, was dort steht. Wer an dem Thema interessiert ist, sollte es unbedingt selbst lesen. Nur eins möchte ich noch verraten. Als Vertreter eines wissenschaftlichen Materialismus sind sich Autoren Bungo und Mahner selbstverständlich darüber im Klaren, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und ähnlich wie ich sehen sie diese Erkenntnis nicht nur als Fortschritt im Selbstverständnis der Menschheit an, sondern auch als einen großen Fortschritt im Bereich der Moral. Abschließend ein Zitat dazu. Nur wem klar ist, dass es nur ein und vor allem nur ein diesseitiges Leben gibt, wird bemüht sein, das Beste für sich daraus zu machen und anderen dabei zu helfen, das Beste für sich daraus zu machen. Danke für eure Aufmerksamkeit.